Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft und ich habe Standbild, wow! Was ist denn jetzt schon wieder los? Ah, endlich, gut. In der letzten Folge habe ich euch erzählt, wir bauen die Wegbeleuchtung und das wären wir jetzt auch. Und zwar brauchen wir dafür erstmal Kohle und Sticks, weil wir brauchen Fackeln ohne Ende. Weil, damit wir, äh, man, ich hasse dieses eh immer, weil es kommt so komisch rüber, also keine Ahnung. Das ist halt nicht professionell, finde ich, das kommt immer so richtig dämlich rüber. So, ein bisschen was habe ich hier noch mit drin liegen, aber das ist erstmal unwichtig. Habe überhaupt Holzblöcke dabei? Natürlich nicht. Und wieder nach unten laufen. So, ähm, dann könnt ihr ja mal in den Kommentaren schreiben, wenn wir den Mosasaurus, äh, gesetzt haben und das Gehege fertig haben, welches ihr dann haben wollt. Den Stegosaurus, den Dylophosaurus, den Allosaurus, äh, den Galil... 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 Minusaurus oder was auch immer das ist. Das, äh, könnt ihr mir mal sagen, welchen ihr dann sehen wollt. Mit... So ein bisschen Holz brauchen wir zwar nicht so viel, aber... Holz ist immer gut. Kann man die zu wenig haben. Daher habe ich auch ein bisschen... gefarmt. Ah, das ist nicht die... das Lied, was ich dachte. Mhm. So, wie machen wir das jetzt? Oder wo platzieren wir die jetzt überall? Und wie platzieren wir die? Auf jeden Fall kommt... hier eine hin. Na toll. Aber wir haben jetzt ein Glückerde dabei. Ähm, wie hoch seid ihr denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Gut. Drei. Ne, es ist fast schon vier, ne? Eins, zwei, drei, vier... Jo, und das ist jetzt der fünfte. Der geht dann darüber. Dann brauchen wir einmal das Holz. Ähm, was macht Zombie-Gehirn in mein Inventar? Warum habe ich das nicht weggeräumt, eben in der kurzen Aufnahmepause? Oder in den Cut-Air gesagt, der drin war. Nehme ich ja alles an ein Stück auf. Und zwischendurch mache ich halt, wenn mir was einfällt, ganz schnell nochmal was zwischendurch. Aber nur, wenn mir noch was einfällt und sonst eigentlich nicht. So, du gehst da rüber. Eine Schaufel habe ich mir auch noch nicht gemacht. Das ist ja sehr elegant von mir gelöst. Aber somit hätten wir schon mal eine Wegbeleuchtung. Vielleicht wird das auch, äh, mal so sein, dass... Äh, ihr mit mir hier auf den Server mal... Oder Server, dann werde ich einen Server für machen, dass ihr hier mal mit mir... Eine Aufnahme lang spielen könnt. Ob ich das noch mache, das weiß ich nicht. Das muss ich dann mal gucken. Lasst euch einfach überraschen. Vielleicht ist das mal der Fall, dass hier einer dabei ist, der mit, äh, einer Aufnahme kommt. Oder halt auch nur mitkommentiert. Das ist ja auch nicht so schlimm. Kann man ja auch machen. Ähm. Die nächste Laterne kommt dann hier hin. Und es wird schon wieder Nacht. Warum wird es ständig Nacht, wenn ich aufnehme? Jedes Mal, ich bin keine 5 Minuten hier an Aufnehmen, ne? Ja, das sind noch nämlich mal 5 Minuten. Und schon wird es Nacht. Das ist doch nicht mehr schön. Und das in jeder Aufnahme, die ich anfange. Das ist doch verflucht. So. Es ist... Nee, also... Eigentlich müsste der Tag mal ein bisschen länger sein, weil... Man schafft nicht viel am Tag, sonst... Wenn die Monster an sind, später natürlich schon, wenn man Rüstung hat und alles. Aber jetzt am Anfang... Wird das noch nicht viel, weil... Man halt nichts schafft in der Zeit, ne? Ja, jetzt allererstes, wenn wir jetzt das Gebäude komplett fertig machen. Und danach wird unser Haus gebaut. Den Mosasaurus werde ich dann auf jeden Fall setzen, sobald ich da unten das Gehege einigermaßen fertig habe. Sprich, die Wände dafür gezogen habe an den Seiten. Und das Glas mit... Also, ja, das Glas werden wir eh zusammensetzen. Das eine kommt... Äh... Das war... Glaube ich hier. Ja, hier kommt eine Reihe hin. Und da hinten habe ich es mir schon markiert, wo das hinkommt. Und dann werden wir auf jeden Fall noch zusammen das Glas hier setzen. Warum hier Glas hinkommt, das dürftet ihr eigentlich schon wissen. So, ähm... Immer dieses M, was ich sage, ne? Es ist eine richtig doofe Angewohnheit. Besonders, wenn ich mir gerade kein Gesprächsthema ausgesucht habe, weil ich einfach nur aufnehmen wollte. Und dann kommt man halt nicht richtig zu einem Gesprächsthema. Oder man labert einfach wieder irgendwas Sinnloses, was ich hier schon wieder mache. Aber, naja. Kann man nicht ändern. Und Laternenbau ist ja auch nicht so... Ja, spannend, würde ich mal sagen, ne? Na, na, kommen wir da unten noch an. Natürlich nicht. Na, und geschafft. Sehr schön. Und du. So, ähm... Ein Thema für die nächste Folge werde ich versuchen, mir zu überlegen. Kann ich noch nicht versprechen. Weil ich zurzeit kleine Probleme habe mit dem Internet. Daher hoffe ich mal, dass die Folge trotzdem an dem 27., nee, an dem 28. dürfte diese Folge erscheinen. Dass die trotzdem derzeit, äh, oder halt am 28. dann erscheint. Und das wäre doch schön, weil ich will nicht jetzt extra wegen Internetproblemen hier ne Zwangspause einlegen. Obwohl ich dann halt schön auf Vorrat nebenbei aufnehmen könnte. Aber, naja. Wenn alles klappt, startet es sogar noch, äh, laufe der Woche, wann genau, weiß ich nicht. Ich muss auch gucken, ob es klappt. Äh, mein anderes Projekt, das nebenbei laufen soll, weil das, was ich eigentlich spielen wollte, funktioniert natürlich nicht. Und ich fall wieder irgendwo runter. Wie immer. Ist ja nichts Neues. Diese ganzen Nautilusse hier, ne? Seht ja gerade keiner. Kann ich euch überhaupt töten? Wieso kann ich euch nicht töten? Ah, doch. Äh, stirb. Ah, ne, dich kann ich irgendwie nicht töten. Man sollte auch auftauchen, sonst ist man gleich tot. Vielleicht ist das auch, warum der Tag immer so schnell vorbei geht, weil ich meine Zeit immer verplemper mit irgendwas. Das kann es natürlich auch sein. So. Hier unter ist eine Höhle, die kam mir hier beim Wegbau in den Weg. Daher musste ich ein bisschen um, äh, ja, umbauen. Aber, wie man von Teufel spricht. Hallo? Haha, du kommst eh nicht raus. Wie gesagt, die Höhle ist hier eindeutig im Weg, deswegen. Naja, ändern kann man es nicht, aber was soll man machen, ne? Die Höhle haben wir ja eh schon komplett erkundet. Das war ja die erste Höhle, wo wir reingegangen sind. Also, von daher stört das ja nicht, wenn die zugebaut ist. Oder irre ich mich da jetzt? Oh. Hat ja gar nicht mal so lange gedauert, die Fackeln hier, äh, die Laternen hier zu setzen. Joa, so. Dann rennen wir jetzt einmal zurück. Und dann wird das andere gemacht. Ich denke mal, dafür habe ich aber nicht genug Holz. Aber das weiß ich jetzt noch nicht. So. Und ich mag diesen Halbwald noch, der kommt aber auch, äh, komplett weg. Von daher bringt das ja nicht so viel, den jetzt noch zu bewundern. Der kommt ja noch weg. Hm. 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 Also, wenn wir jetzt noch genug haben. Weil, irgendwann brauchen wir das Birkenholz. Wann genau, weiß ich aber noch nicht. So. Und dafür brauchen wir die, äh, Falltüren. Davon brauche ich, glaube ich, noch richtig, richtig viele. Weil so ein paar, äh, Bäume da will ich schon haben. Also, so. Da kommt einer hin. Hm. Hier, denke ich. Obwohl hier, äh, ich denke mal, hier kommt die Statur hin. Dann kann man ja, wenn der Weg, drei breit hier weiterführt. So. Das bereite ich nur mal ein bisschen vor, damit ich ungefähr weiß, wo ich den Baum setzen kann. Kann ich den denn hier setzen? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ja, kann ich. Das ist ja sehr schön. Dann setzen wir den mal hier und hier haben wir mal das ran. Obwohl die Falltüren, äh, zu. Zu. Oder man kann halt mal so, vielleicht mache ich das sogar, äh, wenn halt genug Leute das auch mitmachen wollen. Einmal, äh, in der Woche oder so auf dem Multiplayer-Server von, äh, Gomme oder Mainplex oder so gehen. Und dann mal eine Runde zusammen, äh, Minigames spielen mit frei ausgesuchten Leuten halt. Dafür werde ich dann immer spezielle Ankündigungsvideos machen. Dann, wenn ich das machen würde. Ob ich es nämlich mache, ist noch so eine andere Sache. Das überlege ich mir jetzt nochmal. Weil, ich, man muss ja auch dann, äh, Termin finden, wo alle Zeit haben. Oder wo man dann beide Zeit haben. Und das ist so das größere Problem. Und das wird dann auch nur eine Folge sein. Sprich, 20 Minuten. Aber, in 20 Minuten kann man, glaube ich, ein, zwei Runden eher irgendwas spielen. Oder? So täusche ich mich da. Ich weiß es nicht. So, ähm. Am liebsten würde ich auch noch, obwohl, hier kann man ja auch einen hinsetzen. Dann haben wir hier mal das Gras weg. Zuwuchern lassen wir das eh noch alles künstlich später. Da werde ich aber, denke ich mal, mir offscreen, äh, das zuwuchern lassen mit... Mh... Etwas wollte ich das dann zuwuchern lassen. Oder halt so Büsche mal bauen an Randrand. Ich denke mal, das kann man dann alles aber auch offscreen machen. Oder sollt ihr dabei sein? Ich weiß es nicht, dass... Ein bisschen mehr, wo wir auf jeden Fall zusammen da machen. Und auch vieles offscreen. Also, von daher... Ist das ja nicht allzu schlimm. Ja, wir sind jetzt in der 16. Folge, glaube ich. Schon zwei Wochen habt ihr jetzt täglich... Ja, die 14. Folge kommt auf jeden Fall. Äh, pünktlich. Habt ihr täglich Minecraft gehabt? Äh, hier... Jurassic World. Und in den 14 Tagen... Naja, jetzt sind es ja schon 16 mittlerweile. Ähm, haben wir schon gut was geschafft. Ein halbfertiges Gebäude, ein... Fast fertiges Gebäude. Natürlich genau auf den Punkten. Ja, aber den können wir ja auch mal ausschalten. Ähm... Waypoints. Off. Den kann man uns dann immer anmachen, wenn wir auf Reisen sind. Damit wir wissen, wie es wieder nach... Äh... Ja, wie man wieder nach Hause findet. 13 Minuten reicht das jetzt noch, um einmal loszureisen dahin. Oh, ist schwer zu sagen, ob das reicht, dahin zu reisen. Du kommst da rein, du auch, du auch. Jetzt gehen wir erstmal nach unten, Taschen leeren. Dann werde ich mal gucken, was die Farm sagt. Dann werden wir da mal kurz reingucken, damit wir... Äh... ...wieder ein bisschen Nahrung uns ergattern können. Oder Weizen uns ergattern können. Damit wir auch bald die ganzen... ...Tiere mehr vermehren können. Und Weizen habe ich extra mehr angebaut, weil... ...wir später viel, 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 viel mehr... ...Weizen brauchen, wenn wir die ganzen Pflanzenfresser da haben. Weil die fressen uns am Ende doch die Haare vom Kopf. Das ist nicht schön, sowas. So, das Holz können wir auch ablegen. Das wäre nur ein unnötiger Verlust. Den Sand können wir ablegen. Die Hau können wir ablegen. Das ist meine Krimskramskiste hier vorne gerade. Da kommt noch alles rein, wofür ich noch keinen Platz habe. Jetzt gucken wir noch eben einmal bei der Farm nach. Hier hinten auch reif. Ich weiß es gerade gar nicht. Sieht alles reif aus. Sehr schön. Dann fangen wir auch gleich mal an mit der Weizenernte. Kartoffeln und Karotten werde ich auf jeden Fall noch abbauen müssen, die Tage, weil davon brauchen wir noch welche. Kartoffeln, um mit manchen Tieren, wie heißt es, manchen Dinosaurier, so. Manche Dinosaurier brauchen Kartoffeln halt. Oder essen auch Kartoffeln, da braucht man das Weizen für die nicht verschwenden. Weil Weizen ist zu Anfang hin sehr kostbar für uns. Aber wir haben ja eh erstmal einen Fleischfresser, von daher stört das ja nicht so. Da müssen wir uns dann eher sorgen um das Fleisch machen. Aber ich glaube, der Allosaurus, oder den Mosasaurus, muss man nur füttern, wenn er klein ist. Wenn er groß ist, nämlich nicht. Das ist, glaube ich, nämlich der ganz große Vorteil davon. Wieso habe ich jetzt nur noch ganze 10 FPS hier? Sonst laufe ich auch immer mit viel mehr rum. Naja, egal. Solange es nicht ruckelt, ist das ja alles sehr schön. Das läuft ja sehr, sehr, sehr flüssig hier. Mittlerweile, die Lacks habe ich ja auch behoben und so. Woran das jetzt genau lag, weiß ich nicht. Da ist Weizen. Weizen können wir nicht verschenken. Wir haben fast 3,4... Da liegt ja auch so viel. Her damit, was ist alles meins? Wir haben jetzt 3,64er Stacks Weizen, also... Denke ich mal, dass das reicht. Um genug Nahrung für uns zu machen. Also, ein 64er Stack kann man schon machen. Ein bisschen Weizen nehmen wir dann noch mit, um zu gucken, ob wir die Tiere wieder füttern können. Und das ist schon wieder Nacht. Ist das nicht mehr mehr schön, Alter. Schon immer... Nur Nacht. Immer wenn ich aufnehme, ist Nacht. Das ist... Kann man nicht einstellen, dass es nur Tag bleibt. Das wäre vielleicht mal schöner. Dann hätte man... Ein bisschen Zeit. Und was ich jetzt genau noch alles vorhabe zu machen, das ist schwer zu sagen, weil... Mir kommen, wenn ich dann offscreen hier was vorbereite und so, bekomme ich immer Ideen, was ich machen will und so. Und die kann ich noch nicht gleich umsetzen, weil wir ja noch hier so in dem Bau sind. Wenn wir gerade nichts zu tun hätten, würde ich die umsetzen oder offscreen auch. Aber das kommt doof, weil es ja immer noch ein Let's Play ist und kein Let's Show. Also, würde ich ungerne vieles offscreen machen. So, jetzt Strip Mining, um an meinen Vulkanstein zu kommen oder vielleicht Diamanten zu finden, damit wir uns ein Turtle basteln können. Das würde ich schon offscreen machen und so bekommt man ja auch ein paar Rohstoffe. Halt, wenn dann auch irgendwas Spannendes ist, schalte ich auch immer sofort ein, damit wir das immer mit auf Band haben. Und wir liegen jetzt schon wieder bei 18 Minuten, das ist gut. Dann können wir das verstauen gehen. Aber als erstes werde ich... Hallo? Ist einer vielleicht direkt neben unserem Haus gespawnt? Weil wenn ja, dann haben wir ein Problem, dann können wir nicht schlafen gehen. So, jetzt haben wir erstmal Brot. Weil jetzt haben wir da oben nämlich noch ein bisschen drin, also von daher... Den 64er-Stack lassen wir auch mal hier. So, wir gehen jetzt hoch, weil... So. Äh. Boah. Wo kommst du denn her? Wo kam der denn her? Der hat mich voll verjagt. Alter, ich hab grad Gänsehaut pur überall. Wieso auch immer. Ich spiel nämlich selten mit Monstern. Guck mal, da hinten sieht man das Dorf. Oh mein Gott. Seht ihr den da hinten? Da ist er. Ja, das Mock-Griefing muss ich noch ausmachen, weil das ist echt nervig. Die nehmen uns sonst später die ganzen Gehege auseinander. Das ist nicht schön. Oder auch, äh, Gebäude und so. Nimmst du uns alles aus? Oh. Äh. Hallo, Zombie. Hallo, Skelett. So, wir liegen und schlafen. Ich sag dann mal, haut ihr rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.